Willkommen zu einem neuen Let's Show, Together! Ja, heute zeigen wir euch, ich bin natürlich wieder nicht alleine, der Stehni ist auch wieder mit dabei, bei Hintenredder, Titanfall! Und zwar die Beta. Ist mittlerweile zur fast offenen Beta gegangen. Alle diejenigen, die sich bis zum 16. angemeldet hatten, konnten da spielen quasi. Oder halt dann in das Spiel reingehen. Ja, das Ding läuft noch bis zum... Lass mich nicht lügen... 19, 20. Bis morgens um 3. Ja, bis morgen früh um 3. Ne, übermorgen. Wir haben heute den 18, Digga. Ja, wir laufen bis zum 20. Ja, wir laufen bis zum 20. Ja, da wurde ich gerade umgehauen. Ist immer so eine Killcam hier zu sehen. Ja, grafisch, top. Spielerisch, sauschnell. Ja, schießt die auf mich. Oh, da haben wir ihm den Kopf umgedreht. Nein, ich hab jetzt bei einmal... bei einmal 5 Minions gekillt, weil die vor mir gelandet sind. Mhm, ich hab ja auch gerade welche. Ja, diese... diese Gewands, das sind äh... spielbare Bots. Die sind doch nicht gerade die hellsten. Ähm... Sorgen aber noch für ein paar Kills und so... und, boah... Ist ganz okay. Ja, das machen... besser levelet und so... und das ist nicht so wie bei so südlich. Wo der ewig und drei Torf hat dann mal... irgendwann brauchst. Ja. Hohohoho, den haben wir schön weggekickt. Seht mal, wo seid ihr denn alle? Alle! Ja, ich glaub ich bin hier gerade am Minion-Spawnpunkt irgendwie. Haha, ich weiß es nicht. Hatte so gerade gesagt. Oh, wir folgen dem Stenny mal wieder. Ja, tat ihn voll, ähm... Ja, was kann man dazu sagen? Ich denke einige von euch haben's auf jeden Fall schon gesehen. Ja, was kann man dazu sagen? Oh, wo? Oh, wo? Ach, scheiße! Verdammt! Wer wartet da, die blöde Sau? Oh, warte. Oh, warte. Wir kommen wieder. Oh, komm schon! Ja, Axel... Axel... Gucken was... Axel... Wenn du das siehst... Du bist ein Elender... Komm mal, wichser... Aber... Ach, da hab ich die... Ah, da... Oh, nein! Ja... Das war gerade die Anti-Titan-Waffe. Die kann man mit, äh... Monstastate reinrufen. Ich rufe jetzt mal unseren Titan. Da kommt er. ETA jetzt, zwei Sekunden. Bam, da ist er runtergekommen. Schnell rein. Weil hier ist gerade ein heißes Pflaster. Ich rufe jetzt auf die Zeit. Irgendwo waren doch hier gerade welche. Der Stern hat seinen Titan auch schon. Das ist das Schild, womit ich die Projektile aufhalten kann und dann, habt ihr gesehen, wieder schön zu dem Zurück schießen kann. Oh, das waren unsere Gewanzen. Da ist der Feindliche gewesen gerade. Ja, es gibt auch noch ein Training. Da kann man dann so ein bisschen üben mit dem Titan und mit der Movement-Bewegung und mit dem Springen und alles. Und, äh, ja, ziemlich cool gemacht auch. Ich werde es nur vorbestellen, am 28. Ja, Sterni wird es sich auf jeden Fall holen. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Obwohl ich da gerade von meinen eigenen Leuten angeballert habe, oder was? Oh, nein. Hier ist kein friendly Firehawk, oder? Ja, irgendwie nicht so ganz. Alter. Ja, das kommt, ähm, wann kommt es raus? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Na los, komm, geh rein da. Ja. 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 Boah, der Sound spackt gerade übelst ab, ey. Oh, Gott, den Leck. Vom feinsten. Ach, der hat er mich... Alter. Boah. Er hat dann meine Raketen wieder abgefangen und dann... Nein. ...hat er mich umgehauen. Ja, der Sound ist gerade übelst am Rumspacken. Ähm... Bei mir nicht. Bei mir ist das so irgendwie am Rumspacken. Aber ja, das ist erst mal so. 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 Ja, gut, gegen den Titan habe ich keine Chance alleine. Ja, und wenn es auch nicht so ganz rund läuft, es ist eine Beta-Version und... Alter. Es ist im Moment halt Public Open quasi. Oh, toll, wir wurden besiegt. Ja, jetzt müssen wir zu unserer... Uuuh, zu unserer Base kommen. Zum Ewag-Point. Zum Schiff quasi. Versuchen wir das Ganze mal. Schön über die Dächer. Oder auch nicht. Ja, nicht wundern, wenn ich nicht so einen guten Skill-Movement habe. Ist alles noch recht frisch. Komm, geht los, du blöde. Ah, Drecksau. Alter, ich will doch da einfach nur hoch. Ne, ne. Ich kapier das nicht. Ich komm da nicht hoch. Bin tot. Oh, ja, ich auch. Von wem auch immer. Oh, ja, mit der Aiming-Waffe. Ja, ihr habt gerade noch gesehen, da gibt es eine... ...selbst anvisierende Waffe. Da muss man einfach nur ein bisschen zielen und dann draufhalten. Die kriegt man, ich weiß gar nicht, mit der ersten, glaube ich, und mit der zweiten Klasse kann man die auswählen. Ähm, ich hatte sie nicht. Ich hab den... ...den... ...ersten gerade genommen gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt. Dankan, wir wollten ihn auch über... ...denn... ...machen. Und, ja, jetzt warten wir auf das nächste Match. Und dann gehen wir gleich weiter. Und ich hab vergessen, die Uhr zu starten. Hö, hö, hö. Na, egal. Ist das was Neues? Nö. Nö, ist es nicht. Alter, das geht voll ab hier, ey. Hammerhot. Ja, also die Schnelligkeit und alles, ey, das ist eh dann schon extrem stark an Unreal Tournament oder Quake. Ja, ja, Call of Duty, Call of Duty ist auch so. Ja, gut, ja, Call of Duty auch. Das ist eine Mischung als... ...pfff, ich bin gespannt. Das ist eine Mischung als Call of Duty... ...dann Mirror's Edge. Äh, dat, 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 Mesh Warriors. Ja. Das ist halt aus allem etwas. Aber ich finde das halt eben geil gemacht, dass das... ...von Mirror's Edge mit reingefügt wurde, dass du an Wänden lang laufen kannst. Oh, sehr geil. Ja. Um von Wand zu Wand zu... Ziemlich cool, auf jeden Fall. Werde ich auch gleich noch mal ein bisschen... ...besser versuchen, das Ganze. Ja. Da denken sie wahrscheinlich auch nur über den Noob. Kannst du eh nicht. Ist schon eine Weile her, dass wir Shooter gespielt haben. Ich glaube, wir müssen dann wieder mal zusammenbleiben. Aber das ist ja ein bisschen schwer. Ja. Ja, solche finden ist nicht so einfach. Ich bin mal überlegen, wenn ich dann gleich nehmen soll. Was für eine Klasse. Mal gucken. Man nimmt der erste Klasse mit dem Maschinengewehr. Da bist du immer noch besser dran, als wenn du Schrollflinte oder so nimmst. Ja. Schrollflinte ist war von Neukampf. Maschinengewehr ist so mehr für... Normal. Ja. Richtig. Ich glaube, es wird der Schrollflinte ausprobiert. Ich habe es nicht hingekriegt. Ja, ich habe es auch getestet gehabt, aber es war nicht so das Wahre. So, das sind die Klasse hier. Pallet Outs, Wildman, Assassin und CQB. Wir nehmen den Assassin. Dann kann man hier auswählen bei Titans, Mechantillerie oder Tank. Ich glaube, ich nehme mal den Tank. So. Jetzt habe ich hier... Ich würde den dritten Klasse nehmen, weil der hat Raketenwerfer. Jo, ich habe jetzt den Tank mal genommen. So, und jetzt haben wir hier unser... Assassin. Ja, die Map ist bekannt. Schon öfters gespielt, diese Runde. Auch beliebte Sniperpunkte gibt es hier. Sehr beliebte Sniperpunkte. Und die wird schon kräftig geballert. Weil da hat schon immer wieder so ein Kasschen-Tayton. Ey, yo. Na holl. Alter, what's the fuck. Also, ich komme mit der Klasse absolut nicht zurecht mit der Assassin. Ich nehme lieber einen Rifleman. Und ob das auch... Oh, ja. Hat er mich mit einer Snap-Pisse gekillt? Yo. Alter, what? Guck mal, what? Alter, hin und her, hin und her, ey. Solche Wechser kann ich ab, die sich links-rechts-links-rechts-bewegen, ey. Das ist zum Kotzen. Ja, aber nur so geht's. Movement. Ist hier das A und O. Alter. Man. Oh, ja. Jetzt kommt der Titan. Genau. Leute, ihr könnt mich noch kreuzweise sonst wo lecken. Aber wir vielleicht uns jetzt mal ein bisschen anders an hier. Ne, das stimmt. Ich hab mich schon raus, oder? Ah, das ist einer von mir. Okay. Mal. Entschuldigung. Ah, ich bin jetzt ein neuer Konsolenspieler. Was cool ist, du dir und das ganz anders. Ey. War das wieder die Snap-Pistole oder was? Ja, sicher. Die haben den Kittis hier, ey. Kein Aiming oder was? Entschuldigung, hinten und von vorne belagert. Wird nicht meine runter. Also das ist nicht... Haha. Campen ist nicht. Habt ihr grad gesehen? Die Granaten sind auch sehr effektiv gegen Camper. Okay, mein Titan ist ready. Mal wieder. Ja. Ich hänge hier fest. Warum auch immer. Letzter hoch. Ach, den hab ich gekillt. Okay. Ha! Okay. Etch. Und das blind. Ach, ey. Und wieder mit der Smart-Pistole oder was? Oh, ne. Doch nicht. Ja, die Smart-Pistole ist hier extrem beliebt. Um. Ja. Wie ihr gesehen habt. Mein Gott. So, ich werd aber jetzt mal meinen Titan holen. Zack. Und ich hab wieder keinen Sound. Das liegt aber wohl an der Aufnahme. Das tut mir leid. Ähm, als wir das so gespielt haben, war es auf jeden Fall besser. Oh, den haben wir umgeklatscht. Oh, der ist einer auf meinem... Blöde Sau. Jürgen. Leider hat er noch meinen Titan platt gemacht. Ja, genau. Oh, Mann. Sackgesicht. Haben wir gerade meinen Titan erst gehabt? Ey. 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 Was auch immer, der da schießt. Ich hab keine Ahnung. Du umkommst mir nicht, ey. Na, hier sind wieder die ganzen Gewands. Die CPU-gesteuerten Gegner. Alter. Oh. Ich kapier das nicht, warum die nicht rufgehen. Die brauchen drei Schüsse und ich bin platt mit den Titan. Nur zu hoch. Boah, der braucht ewig zum Anvisieren, ey. Ja, vergiss es. Oh, jetzt wurden besiegt und ich bin gerade, wo ich... Ah, ne, doch nicht. Ich kann auch weglaufen. Dill 5, ey. Ich bin getzett. Oh, wir versuchen jetzt ganz schnell zu unserem Assistant-Punkt hier zu kommen. Wo ist das? Wo ist das? Oder auch nicht. Alter, was war das denn jetzt? Ach, geht doch kacken, ey. Schaffst du, ich schaffst du, ich schaffst. Ja, da ist der Sterni. Jetzt müssen wir halt nur die Position halten. Ah! Hinter dir. Ja, jetzt ballen sie alle auf unser Evakuierungsschiff und dann war es das. Hey, ich bin's weiter. Haha, cool. Nicht schlecht. Warum bin ich so wenig? Hast du plus drei Minions gekühlt? Ja, irgendwie schon. Also nicht. Ich bin Level 5. Ab Level 5 kann man seine eigenen Dingens. Irgendwie ins Ballen. So. Noch mal drauf, noch mal oder hast du eine Pause gemacht? Ja, ja, ich bin noch dran. Dann mach mal lieber Ball. Denkt dran, 30 Minuten. Ja. Bin schnell frei. Dann würde ich sagen, sieben wir es gleich wieder. So, willkommen zurück zur neuen Runde Title Fall. Beziehungsweise, ja, immer noch in der Aufnahme. Zur neuen Runde. Auf ein neues. Dass ich mich besser anstelle dieses Mal. Ja, wie gesagt. Ich bin doch keinem Meister vom Himmel gefallen. Ja. Also, ich bin jetzt Level 5 und ich kann jetzt meine eigene... ...meine eigenen Leute... ...blöde Sau. ...zusammenstellen und... ...ja, man kann hier... ...blos... ...bei Waffen freischalten, sozusagen. Da es ja in der Beta ist. Aber, ich muss sagen... ...die haben das gut umgesetzt. Wenn du dir den zusammenstellen willst, haben sie es wie bei Code of Duty gemacht. So in der Ort, Code of Duty. Okay, cool. Mach. Ist auf jeden Fall übersichtlicher, als wenn die jetzt so wie bei Battlefield oder so. Battlefield war schon immer ein bisschen unübersichtlich. Kopfhung gedreht. Oh, mal ein paar Minions mitnehmen. Und Tim wird mir recht... ...geben. Das Spiel ist nur zu empfehlen, sich das zu kaufen. Kleiner Tipp. Kauft es euch bei... ...wenn ihr es von Duty holt, bei MMUGH. Da kostet das 36 oder 39 Euro. Alter. Ja. Wenn ihr das über Origin holt, dann kostet das über 60 Euro. Das ist klar. Jo. Wegen immer schon bei MMUGH. Reintun. Reintun. Kaufen. Ja. Ich denke mal, Tim wird es dann auch... ...dann auch reinsetzen. Bisschen Eigenwirkung. Jo, ich werde den Link dann mit reinbauen, auf jeden Fall. Das ist wie gesagt nur so ein kleiner Tipp, wenn ihr fahren wollt. Richtig. Wir sind jetzt in 2O plus 20, 30 Euro hoch, aber das ist immerhin auch schon geil. Da kann man sich zum Beispiel schon wieder Zigaretten holen. Ja, so ist es. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie der mich umgehauen hat. Ja, den... Oh, mit der Smart Pistol wieder. Ja, 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 dieses Smart Pistol-Gedöns-Scheiß-Teil. Challenge complete habe ich heute. Toll. Okay. Cool. Da war der Stehny gerade. Jo, man hat den Sound. Gib wieder den Geist auf. Alter. Mein Gott. Ey, das gibt es doch nicht. Und die Minions, die sind eine riesengroße Hilfe, was ihr Level nennen könnt. Kann ich nur für guter glauben. Jo, das stimmt. Die Duty macht auf jeden Fall auch Konkurrenz. Aber übelst Konkurrenz. Ja. Ich freue mich, dass ich dieses Spiel gewonnen habe. Meine Hände, die jucken schon vor mir. Geld aber bloß noch ist Geld. Weil ich habe schon wieder zehn Minions gekillt. Und null Spieler. Hi. Ach, ich habe mal von dem Spieler die Waffe ausgenommen. Mal sehen, wie die ist. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Lo, was war das denn jetzt? Ach, da hat mich der Sack aus meinem Titan rausgeholt. Hahahaha, scheiße. Alter, krasse Nummer. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich hatte, glaube ich, ein paar gekillt gehabt. Denke ich. Schätze ich. Ähm, ja. Ah, blöde Saarer von hinten, ey. Ja, ist eine sehr schlechte Stelle gerade. Da ist eure Gegner, Richard, da hole ich ihn auch nicht. Nein. Daniel. Oh, ey, wie das knallt und rattert hier, ey. Wenn da runterkommt. Sehr nice, sehr nice. Man kann sich sogar seinen eigenen... Äh... ...Zeiten dann erstellen, sozusagen. Auch munitionieren, und hat es nicht gesehen. Sehr nice. Ich hab erst gedacht, dass sie nur vorgefertigt sind, aber... ...nicht das. Äh. Kannst du selber auch zusammenbleiben. Cool. Ey, was zum... Alter. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier bin. Oh, nee, das war einer von mir, und das ist einer von mir. Boah, der Sound geht gerade übelst in die Knie bei mir. Ich hab gerade gar keinen Sound mehr, irgendwie. Fast keinen Sound mehr. Richtig hart. Oh, Licht. Boom. Knall. Krall. Oh, was hat das für ein Ding, ey? Ey, wie machen die das? Alter. Kann doch nicht sein, oder? Dann holen wir uns nochmal unseren Titan. Nein. Oh, das war der Falsche. Okay. Ah, schade. Den Kampf hab ich wohl verloren. Zwei gegen einen, mit den Titans, das ist nicht gut. Oh, wir wohnen wieder mal. Oh, Little Snake. Hallo. 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 Hier ist ein Spieler. Räsche mich. Oh, mein Little Snake. Oh, da oben ist unser Evac Point. Hey, Mahlzeit. Ich werde auf jeden Fall den Evac Point noch ein bisschen beschützen. Aua. Oh, dieser Affencamper. Das ist nicht normal. Ja, ich würde jetzt gerne raus. Danke. Nein, da war sie weg. Da braucht man nichts. Achtung, Spieler. 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 Der fick dich. Oh, Alter. Ja, da wurde ich schön stylisch aus dem Dingens raus und nö. Ja, genau. Hau auf mich drauf oder was? Du bist so eine dämliche Missgeburt, ne? Ich hab ein Titan-Kilz. Oh, ich hab ein Titan-Kilz bei Piloten-Kilz. 1645 XP. So will ich das sehen. Ja, schön. So, Titan-Loadouts. Ja, ich kann jetzt auch mal eine Custom-Titan-Loadouts machen hier. Nee, Titan kannst du noch nicht. Titan ist aus der Level irgendwas kürzisch. Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal sehen, sagen, sehen wir uns bei einer neuen Runde wieder. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, willkommen zur letzten Runde Titanfall. Ja, ich hab diesmal die Assassinen genommen. Mal schauen, wie das damit geht. Und wenn ihr mich jetzt auch als Kack-Noop oder so ein Scheiß beschimpfen wollt, macht das ruhig. Ist mir scheißegal. Ich hab jetzt die Auto ein bisschen. Ja, Mann. Ich will auch mal was töten hier. Ich bin so lang aus der Übung. Loll. Ich bin so lang aus der Übung. Ich darf das auch mal. So. Oder auch nicht. Ach, der hat mich schon... Ja, da hat mich direkt einer umgehauen. Fick dich doch. Hey, hat er mich mal in den Kill geklaut. Schwanerei. Boah, ruckel, ruckel, gerade. Ach, das gibt's doch nicht. Warte. Jetzt versuch ich's hier mit der Automatic Pistol, ist mir egal. Hm, schleichen wir uns hier mal ran. Wir sind ja ein Assassin. Ja, das Rote sind Minions. Das andere ist... Äh. Da war einer. Ja, die Minions sind auf jeden Fall nicht so wirklich zielsicher. Oh. Ja, ich hab... Ach, der hat das auch mit der Smart Pistol gemacht, oder was? Ja, sicher. Ja, die Smart Pistol ist so ne Sache. Ähm, im Rennen könnte sie nicht benutzen. Aber dafür beim... Welche Leute, die ich am feigsten finde, sind die mit der Schroldflinde. Die sind richtig feige. In jedem Spiel, wo die Schroldflinde dabei sind, und die mit der Schroldflinde spielen, die sind in meinen Augen feige. Weil sie halt nicht aus ferner Distanz treffen können. Ja, ich hab' die mit der Pistole umgehauen, oder was? Oh, what's the fuck? Ja, bei der Aufnahme geht der Sound ganz schnell in die Knie. Oh, was war das denn jetzt? Hä? Ach, die Sau hat mir die Kupfung gedreht. Blöder Pisser. Hat er sich schön angeschlichen gehabt. Ja, du solltest du mal nach hinten gucken. Hi. Ja, mal Zeit. Oh, what's the fuck? Ja, tome. Mein Titan wurde zerstört. Blöde Sau. Einen muss ich nochmal holen. Ach, ja. Jetzt nehmen wir unsere IT-Titan-Anti-Titan-Waffe hier. Okay, man sollte nicht auf den Titan zuschlagen. Äh, zulaufen. Während er einen killt. Oder versucht einzukillen. Ja, so nicht, Kollege. Ach, verpiss dich doch. Alter. Alter, Mann. Ich könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, ihr Idiot, ne. Hauft euch den Titan! Come on. Ach, shit! So, my Titan ist wieder ready. Okay. Und diesmal auch bitte mit reingehen. Danke. Kuckuck. Juhu. Wir werden etwas vor uns und die Behandlung ist fast vorbei. Wir planen ein Kampf. Du hast dich. Ja, Kollege, so nicht. Au. Wie auch immer mich da gerade anvisiert hat, es tat weh. Oh, wir wurden schon wieder besiegt. Wahnsinn. Ja. Ja. Wenn Sie immer... ...6 zu 7... ...mit den Titan dürfte ich losgehen. Äh, ich muss da hin. Ach, ja. Ich hab vergessen, mich rauszuschießen. Ja, wir wurden mal wieder besiegt. Jawohl. Das ist extrem dynamisch, das Ganze. Nein. Ja, Mann. Ja, da wurde sie leider umgehauen. Ja, da wurde sie leider umgehauen. Du hast ja, Wendy, die Titans haben gar keine Chance. Irgendwie zu dem Schiff zu kommen. Na, einer ist reingegangen und der andere machte gerade noch den Titan platt von dem Typen. Ja. Ja, es ist auf den Fall extrem dynamisch und alles. Richtig übel. Ja. Ja. Wenn ihr die Beta spielen könnt, spielt sie noch solange es geht. Hm. Es macht schon Spaß. Ist halt, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man längere Zeit keine Shooter mehr gespielt hat oder so. Das war von uns. Dann let's show Titanfall together. Ja. Ist ganz geil. Macht wohl Spaß. Man muss sich halt erst wieder ein bisschen reinwerkeln und so und... Ja. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Montag, wie auch immer. Ich würde sagen, bis demnächst. Ja. 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 Ja.